Wärmende Sonnenstrahlen und kühlende Wolken sorgten am Wochenende für bestes Kletterwetter. Gute Bedingungen also für die 11. Brandenburgische Landesmeisterschaft im Sportklettern. In verschiedenen Routen und Altersgruppen ging es dabei die 16 Meter hohe Klettergiraffe hinauf. Ziel war es dabei, möglichst schnell und fehlerfrei nach oben zu gelangen. Wie anstrengend und mühselig das Ganze in der Praxis sein kann, konnte auch unser Kameramann Norman erleben. Trotz der Anstrengung, viel Spaß hatte er trotzdem. Wer es unserem LTV-Mann nachmachen möchte, sollte unbedingt einmal den Kletterfelsen im Erlebnispark Teichland besuchen. Mitgebracht werden müssen nur die eigenen Turnschuhe. Geöffnet ist der Park täglich von 10 bis 19 Uhr.